Willkommen auf www.alarm.de. Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere GPS-Tracker interessieren. In diesem Video stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Varianten vor, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern. Alle Modelle verfügen über ein Online-Portal für den zugeröffneten Standort und vergangene Standorte. Nutzen Sie das Portal per App am Smartphone und Tablet sowie per Browser am Computer. Unser Sortiment teilt sich in akkubetriebene Tracker, batteriebetriebene Tracker, OBD-2-Tracker, die über die OBD-2-Schnittstelle mit dem PKW verbunden werden, Bordnetz-Tracker und Mini-Tracker für flexible, mobile Einsätze. Einige Modelle stellen wir Ihnen jetzt vor. Dieser Tracker verfügt über Haltemagnete, einen Akku und ein Ladebord für kabelloses Laden. Dieser Tracker verfügt ebenso über Haltemagnete, Akkulaufzeit im Standby über mehrere Jahre und ein Konfigurationstool für den PC. Beide Geräte eignen sich für den Außeneinsatz. Diese beiden Tracker sind batteriebetriebene Tracker. Dieses Modell kann mit und ohne Haltemagnete verwendet werden. Verwenden Sie zum Beispiel Kabelbinder als Alternative. In diesem Modell sind Haltemagnete integriert, sowie ein Kontakt, der beim möglichen Abfallen des Trackers für eine Alarmnachricht sorgt. Batterietracker haben hohe Standby-Laufzeiten bei geringen Abmessungen, sind aber nicht wieder aufladbar. Komplett unabhängig von Akkus und Batterien sind diese beiden OBD2-Tracker. Die Stromversorgung erfolgt über das Fahrzeug, sodass eine dauerhafte und lückenlose Übertragung der Routen in ein Onlineportal möglich ist. OBD2-Tracker können in allen aktuellen Fahrzeugen verwendet werden und eignen sich hervorragend zum Flottenmanagement. Die Installation ist sehr einfach und auch für Laien problemlos möglich. Einfach eine SIM-Karte einsetzen und den Tracker in die OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs stecken. Ebenfalls über das Fahrzeug mit Strom versorgt wird dieser Tracker. Per Anschluss ans Bordnetz ist auch hier weder Akku noch Batterie notwendig. Optimal für alle, die keinen OBD2-Tracker verwenden können. Dieser kleine Tracker hat eine verhältnismäßig kurze Standby-Zeit, kann dafür aber sehr flexibel eingesetzt werden, um wertvolle Gegenstände zu sichern, aber auch im Personenschutz. Diese und weitere GPS-Tracker finden Sie auf www.alarm.de unter dem Punkt GPS-Tracker. Alle technischen Daten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Wir hoffen Ihnen die Auswahl mit diesem Video erleichtert zu haben und freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Online-Shop. Ebenfalls über den interconnecteten各位 auf dem Punkt GPS-Tracker. Vielen Dank.